Was geht YouTube damit? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute geht es um ein Thema, das man so bezeichnen könnte als Herzensthema von mir. Denn ja, es gibt ein Thema, was mich wirklich fast schon aufregt, wenn ich es irgendwo lese. Und das sind Kickernoten. Denn mit Kickernoten wird immer wieder in Kommentaren irgendein Sachverhalt begründet. Beispielsweise unter einem Transfergerücht, dass der und der Spieler ja viel zu schlecht ist. Der hat ja bei den Kickern nur die und die Durchschnittsnote. oder ja, sämtliche anderen Sachverhalte, die damit begründet werden. Und ja, ich möchte mal so ein bisschen über dieses Thema einfach sprechen. Was ich davon halte, Spoiler, sehr, sehr wenig. Und ja, ich lege einfach mal los und fange einfach mit der Durchschnittsnote in dieser Saison in der 2. Liga an. Die ich mir mal so angeschaut habe, beziehungsweise davon ist eine Grafik in der Winterpause so aufgetaucht. Und da wurden die besten elf Feldspieler in dieser Grafik gezeigt. Und ja, man konnte sehen, dass die im Prinzip beiden besten Spieler in der Hinrunde in der 2. Liga, das sind für mich ganz klar auf eins Marcel Hartel und ganz knapp dahinter, also wenn ich es in Noten ausdrücken würde, 2,00 und 2,06 vielleicht, wäre es dann Laszlo Benesch, die beide ja wirklich eine überragende Hinrunde gespielt haben. Der eine 8 Tore, 7 Vorlagen, Marcel Hartel und 8 Tore, 6 Vorlagen, Laszlo Benesch. Benesch, also wirklich unfassbare Leistung als zentrale Mittelfeldspieler jeweils. Benesch sogar noch der von beiden, glaube ich, etwas defensivere teilweise im Spiel. Aber die tun sich dann relativ wenig, sind aber beides keine Zehner, die jetzt nur vor dem Tor irgendwie auftauchen und da auf den Ball warten, ganz im Gegenteil. Und ja, ich möchte euch einfach mal zeigen, was hier so für Spieler noch so deutlich davor sind, wenn wir uns einfach mal angucken, dass Holtby eine 2,63 hat. Ja, ein Vermey mit 2,77, natürlich ein Stürmer, der dann, wenn der gute Tore macht, dann immer gute Noten bekommt. Dann haben wir hier ein Device von Düsseldorf mit 2,91 und ja, dann noch einige Kieler. Wir sehen auch generell hier in der Auflistung der Teams auf der rechten Seite, dass Kiel mit Abstand am besten bewertet wurde. Und schon, ja, es ganz interessant ist, dass der HSV hier notentechnisch fast auf dem Niveau von Schalke ist. Also da tun die beiden sich gar nicht so viel. Oder von Osnabrück, die beide jeweils eine teilweise wirklich katastrophale Hinrunde gespielt haben. Also Osnabrück war ja wirklich zum Großteil überhaupt nicht Zweitliga-würdig. Und Schalke, ja, da brauchen wir, denke ich, nicht allzu viel drüber reden. Also das zeigt alleine schon, wie der HSV hier bewertet wird. Ja, hat nicht viel mit dem Tabellenplatz zu tun. Und wenn wir dann eben auf die nächste Seite springen, dann sehen wir auch schon den ersten der angesprochenen Spieler. Nämlich, glaube ich, hier auf Platz 13 praktisch der Feldspieler, wenn man die Teuter rausrechnet. Marcel Hartl mit einer Durchschnittsbewertung von 3,0. Also nur eine befriedigende Leistung. Bei Marcel Hartl muss man wissen, dass er für das gesamte System von St. Pauli praktisch unverzichtbar ist. Das ist ein Spieler, der sich auch immer wieder zum Beispiel auf die linke Seite fallen lässt, der sehr, sehr viele Bälle fordert, der immer wieder dafür sorgt, dass neue Szenen entstehen, der extrem ballsicher ist, sehr schwer zu pressen. Und der darüber hinaus, das sind Attribute, die hatte er im Prinzip in den letzten Jahren eigentlich immer, hat auch von Anfang an bei St. Pauli auch, als er frisch reingekommen ist oder ein frischer Zugang war, direkt einen Unterschied gemacht. Allerdings kommt eben in dieser Saison hinzu etwas, das er in den Jahren zuvor nie war, nämlich auch ein sehr guter Scorer, dass er eben schon acht Tore und sieben Vorlagen gezeigt hat in 17 Spielen. Also praktisch in jedem Spiel fast ein Scorer-Punkt. Ja, ist eigentlich unfassbar. Also das hatte man, oder ich hätte das Marcel Hartl nicht zugetraut, dass er mal so eine Rolle spielen würde. Ist da wirklich ein ganz, ganz wichtiger Spieler von St. Pauli, die ja immerhin auch, ja, jetzt nur zum Schluss ganz knapp auf Platz 2 stehen, aber eigentlich die ganze Zeit auf Tabellenplatz 1 waren. Und wenn ich da bedenke, dass der nur angeblich der 13 beste Spieler sein soll, gerade mal mit einer Durchschnittsbewertung von 3,0, ja, zeigt das schon sehr deutlich, was man davon halten kann im Prinzip. Denn normalerweise werden ja auch Spieler, die dann auch häufiger mal treffen, werden ja immer mit einer Note eigentlich besser bewertet als der Rest, selbst wenn Spiele teilweise gar nicht so gut waren. Aber eigentlich ist Marcel Hartl im Prinzip auch so ein Spieler, ähnlich wie Granit Xhaka, den kann man eigentlich immer von vornherein schon eine 3,0 geben. Weil der ja solche überragenden Leistungen oder beziehungsweise immer wieder überragende Werte hat. Und bei Laszlo Benesch ist es sogar so, der eigentlich eh nicht Wert hat, auch eh nicht erfolgreich beziehungsweise wichtig für seine Mannschaft ist. Da müssen wir sogar auf Seite 7 springen. Hier mit einer Durchschnittsbewertung von 3,5 ist hier auf einem Niveau von einem Janis Horn, der gefühlt in seiner Karriere immer nur verletzt ist. Oder mit einem Okonuki, der nicht wirklich funktioniert hat bei Nürnberg. Also ich glaube jetzt nicht, dass der so positiv bewertet werden würde von den meisten Nürnberger. Oder mit einem Terodde, der eben auch keine so gute Hinrunde gespielt hat. Auf diesem Niveau soll also Laszlo Benesch sein, der sich im Vergleich zum Vorjahr nochmal deutlich gesteigert hat im System des HSV, beziehungsweise von Tim Walter, der 8 Tore und 6 Vorlagen gezeigt hat, der in jedem Spiel eigentlich beim HSV den Unterschied macht. Und der wird im Endeffekt mit einer 3,5 nach 16 Spielen, die er gespielt hat, bewertet. Ja, das spiegelt dann im Prinzip ja auch diese Durchschnittsbewertung des HSV von 3,68 wieder. Ich finde das schon wirklich Wahnsinn, wie da teilweise einfach Noten vergeben werden. Ja, ich weiß wirklich nicht, wie das dann teilweise so zustande kommen soll. Es gibt ja immer wieder auch Spieler, die so erzählen, wie da Kickernoten aus ihrer Sicht zustande gekommen sind. Aus meiner Sicht eine ganz interessante Anekdote hat damals mal in der Ed Broski-Show Sascha Mockenhaupt erzählt, der auch davon berichtet hat, dass er selbst ja dann jemanden hatte. Also es sind ja immer einzelne Kicker-Redakteure, die das dann bewerten, die sich dann die Spiele anschauen und dann 22 Spieler bewerten, was sowieso schon eigentlich relativ absurd ist, muss man mal ganz ehrlich sagen. Denn ja, ihr könnt euch mal selbst fragen bei den letzten Spielen, wie war so der rechte Außenverteidiger des Gegners aus eurer Sicht, ja, von euren Mannschaften die Gegner. Wie hat da der Sechser gespielt, wie gut hat er die Räume zugestellt? Ja, das sind glaube ich Fragen, die man gar nicht so gut beantworten kann, zumal man auch gar nicht weiß, was der jeweilige Trainer so als Anweisung gegeben hat. Alleine deswegen ist es schon fast unmöglich, das vernünftig zu bewerten. Aber dass da dann immer nur solche, ja, gehen wir dem mal eine 3,5, gehen wir dem mal eine 3,0, bei rauskommen ist schon fast logisch im Prinzip. Aber der hat da auch erzählt, dass zum Beispiel ein Spieler, und ich glaube, das war Jakobsen, der ein ganz wichtiger Sechser in der Drittligasaison war, dass der auch im Endeffekt zu den schlechtesten, bewertetsten Spielern gehört, obwohl der eigentlich eher eminent wichtig war für das gesamte Spiel von Wien Wiesbaden. Und solche Spieler haben es halt einfach ungeheuer schwer, immer wieder, ja, gute Noten zu bekommen. Dann gibt es dann so Spieler, die sind dann öffentlich, werden besonders positiv behandelt, wie zum Beispiel eben Granit Xhaka bei Leverkusen, zu dem ich gleich auch nochmal kommen werde. Allerdings gibt es dann auch Spieler, die dann im Prinzip dasselbe für ihre Mannschaft leisten und deutlich schlechter wegkommen. Also für mich ist einfach dieses ganze Thema Kickernoten einfach nur, ja, extrem ärgerlich, dass das einfach so populär ist, ähnlich im Prinzip auch wie mit dem Ballon d'Or. Das sind für mich so, ja, Auszeichnungen, Dinge, an die sollte man sich nicht halten, schon gar nicht, ja, als Sportvorstand, sage ich mal. Ja, also das sind, da kann man einfach nicht allzu viel drauf geben, traurigerweise. Und mich nervt es persönlich einfach, dass damit immer wieder argumentiert wird. Ich möchte euch auch noch zwei, ja, aktuelle Beispiele zeigen, nämlich von der Bundesliga an diesem Wochenende. Da haben wir nämlich einmal den VfB Stuttgart, der eigentlich das ganze Spiel überdiktiert hat in Gladbach, der Gladbach sehr gut hinten, ja, reingedrückt hat. Wenn wir uns hier mal hier die Durchschnittsnoten von Stuttgart anschauen, dann ist das so eher eine 4,0, also eine sehr, sehr, oder sogar ein bisschen schlechte, also eine sehr, sehr schlechte Bewertung. Wohingegen Gladbach, die zum Großteil des Spiels hinten drin standen und, ja, mit Sicherheit, wenn man jetzt mal so auf die Statistiken gucken würde, nicht allzu gute, ja, alleine Passquoten haben, da wird dann jeder Spieler iminent, ja, besser bewertet. Und ich bin mir sicher, wenn Stuttgart vielleicht sogar anstatt des 3-1 kurz vor Schluss, wenn die jetzt in den letzten zwei Minuten einfach nur des Spiels, einfach nur die letzten zwei Minuten, hätten die da noch zwei Tore geschossen, das Spiel 2-3 gewonnen, da bin ich mir sicher, wir könnten einfach die Noten genau andersrum setzen, selbst wenn das nur ein Spieler gewesen wäre, der zum Beispiel Chris Führig, der beides mal einfach in die Mitte gezogen wäre, aus 25, 30 Metern abgeschlossen hätte und sich eigentlich an der, ja, Leistung von dem Mio, von dem Karasor und so weiter nichts geändert hätte, da bin ich mir sicher, dass die alle eine deutlich bessere Note bekommen hätten. Und, ja, von daher, ich halte davon persönlich, muss ich ehrlich sagen, gar nichts von diesen Kickernoten. Ich habe jetzt hier auch noch ein Spiel mitgebracht, das ich mir tatsächlich angeschaut habe, nämlich Augsburg gegen, ja, Leverkusen. Augsburg, die über weite Strecken sehr gut verteidigt haben, haben hier auch in der Defensive teilweise gar nicht mal so gute Noten bekommen, gerade mal die 3,0 von Roveleo und Udukay, aber auch ein Dorsch, der da sehr viel weggearbeitet hat, bekommt dann im Endeffekt nur eine 3,5. Und hier ein Palacios, der dann im Endeffekt das Tor schießt, wird dann, ja, bei Leverkusen ganz positiv hervorgehoben. Chaka kriegt eine 3,0, der eigentlich, wie ich finde, ein überragendes Spiel gemacht hat, der teilweise auch wirklich zwei Spiele hat aussteigen lassen und dadurch wieder, ja, den Ball dann verlagert hat auf die linke Seite zum Beispiel. Auch überragende Aktionen mit drin gehabt, dann auch nur eine 3,0, obwohl er aus meiner Sicht zum Beispiel deutlich, deutlich besser war als Jonas Hofmann, der für mich gar nicht im Spiel war. Kriegen dann im Endeffekt beide die gleiche Note. Und ein Stani Sitsch, der aus meiner Sicht ein richtig gutes Spiel gemacht hat, der teilweise richtig ruhig geblieben ist hinten, selbst in komplizierten Situationen, dann einfach Meter mit dem Ball gemacht hat und dadurch Situationen aufgelöst hat, der bekommt am Ende eine 4,5. Und ich bin mir sehr sicher, dass das mit einer Szene zusammenhängt, in der er auf Abseits gespielt hat, beziehungsweise davon ausgegangen ist, gleich wird die Fahne gehoben. Aber im Endeffekt ist es so gewesen, dass Frimpong tiefer stand und Demirovic kam dann aus 19 Metern ungefähr zum Schuss. Der Ball ging dann ja einen halben Meter ungefähr rechts am Pfosten vorbei. Und ich bin mir sicher, dass das einfach so eine Szene gewesen ist, die dem Redakteur dann im Kopf geblieben ist. Und dadurch, ja, hat er gesagt, Stani Sitsch war nicht richtig bei der Sache. Vielleicht noch eine Szene, die ihm noch negativ aufgestoßen ist. Und schon kommt da eine 4,5 zustande, was ja wirklich extrem schlechter ist als die von Hinkapier oder von Andrich. Obwohl Stani Sitsch für mich, und ich habe das Spiel gesehen, der beste der dreien waren. Also, ja, für mich ist es einfach extrem schwierig, damit überhaupt nur irgendwas zu begründen, was irgendein Kicker-Redakteur, ja, da im Endeffekt aufgeschrieben hat. Gerade natürlich dann auch in der zweiten Liga ist das nochmal deutlicher. Da sind dann nochmal wahrscheinlich weniger Journalisten vom Kicker, die da einfach drüber gucken. Beziehungsweise es ist sowieso immer nur eine Einzelperson. Ich weiß dann aber nicht, ob es dann eine einzelne Person für zwei Teams ist. In der zweiten Liga zum Beispiel, in der Bundesliga jeweils die Heimredakteure von Augsburg und Leverkusen jeweils. Und das weiß ich nicht, wie das da genau ist. Aber ich wollte euch damit einfach nur mal zeigen, ja, was ich so von Kickernoten halte, wie wenig aussagekräftig die eigentlich sind. Gerade eben, wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen, hier mit Benesch eine 3,5 als Durchschnittsbenotung. Also, ich glaube, jeder, der sich mit der zweiten Liga auskennt, weiß, was das für ein Witz ist. Und dass er definitiv nicht in dem Fall, ich glaube, 0,87 Notenpunkte schlechter ist als Louis Holtby. Also, das auf gar keinen Fall. Das hängt dann wirklich einfach damit zusammen, wie die Kicker-Redakteure das bewerten. Zumal der HSV auch in der letzten Saison schon, ich glaube, auch ungefähr drittletzter, vorletzter, war in der Kicker-Benotung. Und im Endeffekt war es so, dass nur eine Nachspielzeit der HSV davon entfernt war, aufzusteigen. Also, generell waren sie ja sowieso nur einen Punkt hinter Darmstadt und Heidenheim. Also, praktisch kann man ja fast sagen, punktgleich. Ja, das macht ja dann keinen großen Unterschied. Und wir sind trotzdem ganz, ganz unten mit der Kicker-Benotung gewesen. Wohingegen Heidenheim und Darmstadt wahrscheinlich sehr, sehr hoch waren. Also, da sind dann teilweise auch Erwartungen von den Kicker-Redakteuren, als wenn der HSV irgendwie ein Etat von 300 Millionen hätten zu 20 Millionen gegenüber dem Rest. Ja, ist dann sehr, sehr schwer einfach, wie ich finde, damit zu argumentieren. Das passiert mir aber persönlich immer noch viel zu häufig in sämtlichen Kontexten. Von daher, ja, wollte ich euch mal zeigen, warum für mich Kicker-Noten eigentlich gar keine Relevanz für irgendwas haben. Und weshalb es einfach nur, ja, weshalb man sich damit eigentlich nur selbst bloßstellt, wenn man damit irgendwas begründen möchte. Können wir auf jeden Fall gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben, was ihr generell von solchen, ja, Bewertungssystemen haltet. Ich glaube, dass es deutlich mehr Sinn macht, diese Sachen, die dann zum Beispiel auch bei Kickbase sind, wo es dann wirklich diese statistikbasierten Punkte gibt, anhand der Anzahl an Pässen, der Quote und so weiter und so fort. Ich kenne mich da persönlich gar nicht mal so gut aus, weil ich dieses Spiel nie gespielt habe. Aber, ja, ich glaube, dass das dann noch mal deutlich mehr Sinn macht. Aber diese klassischen Noten, wie auch in der Schule, ich glaube, die sind beim Fußball relativ viel am Platz. Von daher, ja, soll es das mit dem Video gewesen sein, schaltet auf jeden Fall gerne beim nächsten Video ein. Und, ja, ansonsten macht es gut, lasst gerne ein Abo da, haut rein und ciao. Und, ja, ansonsten macht es gut, lasst gerne ein Abo da, haut rein und schaltet auf jeden Fall.